so hallo willkommen bei meinen let's play for the search wir werden jetzt noch mal ein bisschen leveln 11.000 in dem fall gehe ich davon aus dass wir ein bisschen leveln müssen und wir könnten auch versuchen den boss endlich mal wieder zu legen mit dem wir heute morgen wirklich versucht haben gescheitert sind wir weiß jetzt nicht ob das jetzt natürlich jetzt besser läuft wir brauchen 11.000 wir waren wir waren sie vorher lieber auf jeden fall wir haben eine neue waffe gekriegt ist auch immer schlecht ich weiß gar nicht warum die mir angeboten wurde dass sie so gut ist ist nicht gut wir müssen jetzt irgendwie mal wenn wir wieder hergestellt 50 prozent maximale gespeicherte ladung 1 plus 4 ich weiß gar nicht ob ich das jetzt machen soll sind jetzt meine anderen dudes eigentlich noch da ja die könnte ich ja eigentlich noch nicht einmal kurz ach ja das war ja so die geschichte okay 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 Okay. Der Ausdauer verbraucht wirklich so wenig? So gering? Bin ich der Meinung. Warten wir. Jetzt haben wir hier die andere Waffe. Nicht nach Neustar. Äh. Nein. Vergleichen. Nein. Sortieren. Nach Stufe. Der Ausdauer verbraucht so extrem da. Würdest du das mal an? Deswegen hatte ich auch so viel Ausdauer. Äh, jetzt upgraden. Dann natürlich auch die andere. Ah, wir machen jetzt hier unsere Gegner. Ich bin der Meinung. Wir machen jetzt unsere Gegner hier. Guck mal her. Hau da hoch. Alter, der haut mich so was von platt mit seinen Scheiß. Jetzt ist dieser Frustmoment gekommen bei diesem Spiel. Äh. Weiß ich. Ich möchte den doch nur. Das Problem ist ja, das ist ein Nano. Ich müsste ich doch echt mal. Niki gewinnen. Das ist auch Nanoschaden. Und man kann doch keinem Menschen erzählen, dass ich mit Nanoschaden gegen Nanorobotik kämpfen soll. Oder? Ja. Ja. Alles klar. Ach. Wah! Er haut mich... Hat mich ja sowas von um? Okay. Oh. Er ist auch geklärt. Aber dieser Boss, ne. Oh mein Gott. Die macht aber auch keinen extra Schaden. Ich dachte die macht irgendwie Flammenschaden oder sowas. Naja wir können es ja versuchen. Wartet mal. Er ist jetzt auch mutiert? Nein er ist nicht mutiert. Das ist okay. Das ist gut. Das ist gut. Er ist da unten. Oh fuck. Hä? Wo ist er? Oh nö. Hab ich den denn jetzt runtergepackt? Ich habe ja auch noch nicht. Danke. Na ja so kriegt man es auch hin. Ihre eigene Waffe. Ja ist ja schön. Ach guck mal hier. Dann haben wir noch mal das Item gekriegt. Hier. Gehen wir noch mal hier längs. Wir müssen ja irgendwie ein bisschen farmen. Ja. 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 Oh mein Gott. Sehr schön. Das ist eigentlich nur Gefahr mir hier. genau was wir hier machen. Ja. So. Oh. 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 Haha. Ah одна. Das könnten wir doch rein. Theoretisch. Plantate Irgendwas geileres Eine Injektion, ne? Hm Ah, wir versuchen es Mein Gott Der drei Drei fucking Äh, Zonen Wollte ich schon sagen, Phasen Oh, ich muss Er wollte nicht weg Er wollte einfach nicht weg Dieser Boss, ne? Die erste Phase war eigentlich sonst meine leichteste Das ist immer so Manchmal Diese Phasen erwischt Wo man sagt Ne, jetzt geht's nicht mehr Wir hatten eigentlich genug Heilung Das auf jeden Fall Muss man ein bisschen auf die Ausdauer achten Da Ich weiß nicht warum Weg, weg Ich weiß nicht, ob den jetzt erstmal jetzt Ich muss sie ein bisschen treffen. Oh mein Gott. Sieht zu. Sieht zu unhandlich. Es tut mir echt leid, aber die sind mir echt zu unhandlich. Wahrscheinlich werde ich... Ich krieg... Ich krieg auch. Sowas von auf die Schnauze, dass ich keine... ...dob modeling kann, aber sie kommen im Gebot. fucking wir sind Das war's. Da hätt ich ihn erst mal Fucking Spasti ey, was ist das ey? Was ist das? 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 Oh Gott, ich weiß nicht ob das ein Fehler war. Guck mal her, okay mit der Taktik geht das einfach, was heißt einfach, er haut daneben. Bloß nicht gierig werden, bei dem Spiel. Schöner langer Bosskampf, aber macht Spaß, ne macht keinen Spaß, das ist total ätzend. Ja, das gönne ich mir nicht, einen muss ich noch, also das geht sonst nicht. Oh mein Gott, ich habe, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Internet mir es angeguckt. Ich musste es mir angucken, weil so ein bisschen die Taktik. Wir treiben einen Krieger aus dem Gefängnis, geh, lasst ihm auch umwerfen und macht den Weg rein. Ich werde versuchen nicht so lange wie mir, dich unter Kontrolle zu halten. Ist klar. Gut, kurze Pause. Da muss ich mir auch jetzt schnell mal einen Kaffee gönnen, echt jetzt. Gucken wir uns dann schnell mal die Waffe an. Hm. Ist cool. Was ist denn noch neu? Sonst ist es eine scheiß Sense. Hm. Also nachdem ich den Boss endlich mal besiegt habe. Ey, ich brauche erstmal, ich muss mir schnell mal ein Kaffee holen. Ähm, ich bin gleich wieder zurück. So, ne, warte mal. Das geht ja gar nicht. UBS. Normalerweise hatte ich das noch für einen Hotkey. Nicht mehr. Hm. Geht nicht. Dann bis gleich. Ähm, muss ich nochmal Pause im Bildschirm. Muss halt so mal gemacht werden. Bis gleich. Vorsicht. Das war's für heute. 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 So, jetzt auch mal wieder da. Das war's für heute. Also, wir haben's richtig verstanden. Da hat eigentlich so eine kleine... ...kleine Tuse... ...diesen Kampfroboter auf uns zugelegt. Also, hat dafür gesorgt, dass wir befreit werden. Wir haben ihn am Ende doch... ...weil er denn außer Kontrolle war. Oder auch nicht. Gott. Hmm. Okay. Wir haben ihn besiegt. Ähm... ...sonsten ist noch alles cool. Also, hier sind die Viecher sind auch noch da. Das ist ja... ...cool. Finde ich nicht cool, aber... ...in der mit dieser Waffe bin ich sowas von konform. Ich geh lieber was. Nachricht, aha. Nachricht, nachher. Ach, schön. Okay. Okay. Und jetzt hier auch noch offline. Keeper. Weiß es nicht. Wie kann denn offline? Ich stören. Oh, dann haben wir es geregelt. Wir können ja oben das Gehirn jetzt abgeben, ne? Oh mein Gott. Ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Der nächste Boss. Sie sind auch nicht mehr hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm... Sorry. Bin nicht in der Stimmung, um zu reden. Warum? Hm. Wo sind deine Bros? Kann nicht sein, dass ich hier alle umbringe. Oder die Bestie erledige. Und ihr seid weg. Na, wir liebsten echt, ne? Gut. Dann leveln wir mal auf. Cool. Das haben wir schon mal. Ach, die Ausdauer. Naja, wir sind schon sehr gut in der Ausdauer. Herstellen. Hier das Bein. Ich wusste es. Ich glaube nicht, dass wir nochmal mit Nano zu tun haben. Das dachte ich mir auch schon. Wollen wir nur die Beine abhacken. Ähm... Upgrade. Gut. Die Waffe... Können wir nicht upgraden? Volle Power. Alles klar. Oh, Implantat. Ich nehme den jetzt mal wieder raus. Erhöht alle Inventarschäden bei Feinden durch Waffe und Droh. Alles klar. 1,45. Können wir noch was geiles erhöhen? Menge an Energie durch erfolgreiche... Ja. Cool. Mehr Heilung, oder? Würde ich doch sagen. Das könnten wir auch. Dann sparen wir uns immer einen. Finde ich. Sollen wir es jetzt machen? Ich hasse ihn, ne? Ey, ich sehe jetzt schon kommen, dass er mich rumbringt. Ich sag's doch. Ich... 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 ich kann's nicht. Wenn der da rumsteht und sich da... Oh nein. Diesen scheiß Nano-Kack da drinne. Schrecklich. Ähm... Hier sind irgendein Chat drinne? Ich... 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 kann's einfach nicht. Es ist mir einfach zu... zuwider, das ganze Thema. Jedes Mal. Dieses blöde Mistding hier. Passiert mich ja auch nicht. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Da! Ich... 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 ich hab... ich hab kaum Ausdauern mit diesen... Kack-Waffen. Ey, die Frisse. Ich krieg so... Ich krieg so die... Hasskappe. Ich krieg so viel. Jedes Mal mit den... Nee, komm. Mach mir Ruhe. Danke. Das ist auch wirklich verdient. So, wenn ich Energiebalken verliere... Also krieg ich... Ausdauer wieder. Nee, wenn er sich leert. Mal gucken, was jetzt hier hinter ist. Ahne Böses. Oh. Ich muss Sie sprechen. Jaja, ich weiß. Willkommen. Wunder. Meister Gutenberg wird Sie nun empfangen. Bitte haben Sie Geduld. Ich krieg auf die Schnauze. Weiß jetzt schon. Bitte nicht noch einen Boss. Labor! Sieht doch schon wieder aus wie ein... Achtung, ungewöhnlich hohe Naniten-Konzentration entdeckt. Sicherheitsprotokolle aktiviert. Och nöö! Backdown sofort initiiert. Okay, gut, ist auch nicht das Problem. Sicherheitslockdown? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Natürlich. Sie müssen die Kampfmaschine sein, von der Harold immer zu redet. Sieht so aus, als hätten Sie das Nano-Gehirn geborgen. Auf jeden Fall. Aber nur wir. Äh, nur ich. Meine Scanner haben verrückt gespielt, als sie hier hereingeplatzt sind. Ihre Naniten werden verspringen gegen den Arm. Beiden, warte ich nicht wahr? Sie scheinen mir kerngesund zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie sich mit D-Frag infiziert haben. Sie sind mir ein echtes Rätsel. Zum Glück bin ich ganz gut darin, Rätsel zu knacken. Und, das muss ich auch. Ich habe diesen ganzen Wahnsinn erschaffen. Und nur ich kann ihn beenden. Sagen Sie, ist Ihnen an sich selbst in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Moment mal, was? Unmöglich. Ich dachte, ich bin der Einzige. Ich sehe die seltsamsten Dinge, seit Athena, meine Enkelin, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ich dachte, die Trauer spielt mir einen Streich. Ähm. Dann müssen Sie der Überlebende sein, von dem in den Nachrichten die Rede war. Trotzdem hatte ich immer noch gehofft, dass es Athena war. Aber warum sollten Sie Ihre Präsenz spüren? Da passt doch etwas nicht zusammen. Reden Sie. Ich bin der Mörder. Was? Athena lebt? Und Sie können sie so deutlich spüren? Ich habe nie auch nur das Geringste spüren können. Als wäre zwischen uns eine dicke Nebelwand. Die Arme muss die ganze Zeit da draußen gewesen sein und versucht haben, mich zu erreichen. Und ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe diese verdammten Jäger nur angeheuert, damit sie mir dann in den Rücken fallen. AID hat die ganze Stadt nach Kindern durchkämmt, weil es angeblich ein Gegenmittel für D-Frag geben sollte. Diesen Idioten glaube ich rein gar nichts. Wenn es auch nur ansatzweise irgendeine Heilung geben würde, hätte ich sie lange vor Ihnen entdeckt. Offenbar nicht. Sollten Sie das können, dann scheint es zwischen Ihnen beiden eine sehr viel stärkere Verbindung zu geben. Ich verstehe nur einfach nicht, worin die bestehen könnte. Athena und ich sind verwandt. Wir haben den gleichen genetischen Code. Sie sind nur eine fremde Person, die sie zufällig getroffen hat. Tut mir leid. Das war nicht so gemeint. Ja, das stimmt ja auch. Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Ich war hier oben schon viel zu lange von allem abgeschnitten. Abgesehen von Harold sind Sie mein einziger Verbündeter. Wenn wir Athena retten wollen, müssen wir ohne Vorwarnung zuschlagen. Die müssen Sie in Ihrem Forschungslabor mit all den anderen Kindern festhalten. Ich war der Boss von Creo. Ich habe die höchste Regierungssicherheitsfreigabe. Nehmen Sie meine Keycard und reden Sie mit Harold. Er wird Ihnen sagen, wie Sie dort hinkommen. Den Lockdown hier hebe ich manuell wieder auf. Versprechen Sie mir, dass Sie wieder zurückkommen, sobald Athena wohl auf und in Sicherheit ist. Ich werde herausfinden, was genau mit Ihnen los ist. Irgendwo in Downtown. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich sitze schon zu lange im CIT fest. Harold kann Ihnen den Weg weisen. Sein Gedächtnis lässt in letzter Zeit nach, aber noch ist er unverzichtbar für mich. Wir sehen uns. Faszinierend. So eine Kreatur hat es nie zuvor gegeben. Neun Benutzer erkannt. Sie ist die erste Jahrhundert. Sie benutzen die Datenbank des Creo Institute of Technology zum ersten Mal. Bitte ziehen Sie unser Archiv nach Belieben zu Rate. Bitte beachten Sie aber, dass sich eine übermäßige Nutzung in Ihrer Abschlussnote widerspiegeln wird. Über ein Drittel des Bruttoinlandproduktes unseres Landes ist derzeit direkt oder indirekt von Creo abhängig. Konzerngründer Jonah Guttenberg trat ohne Angabe von Gründen von allen seinen Ämtern bei Creo zurück. Er führt seitdem ein zurückgezogenes Leben und unterrichtet fortgeschrittene Nanitentechnologie TM am Creo Institute of Technology die CIT habe ich gekämpft. Vielen Dank, dass Sie das offizielle CIT Archiv benutzt haben. Bitte erzählen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten von unserem Service. So langsam bekomme ich ein wenig Durst. Man trinkt auch was. Affel. Ähm. Vielleicht gibt es da auch noch was geileres. Ähm. Ja guck mal, da könnte ich, äh, guck mal, das könnte ich farmen. Okay, richtig farmen. Gibt es noch mehr Punkte? Ich, ich trau mich gar nicht darauf zu rauben. Das sind Gegner. Die werden sich dann öffnen, sag ich mal so. Gut. Also ich muss jetzt wieder zurück. Oh. Ja. In Downtown hat er gesagt. Erste Etage, Hauptthalle. In Downtown. Das ist die Cloudbar, das ist Bravo und Nixon. Center, Eastside. Wir werden das schon irgendwie finden. Lock. Mhm. Der sieht irgendeine Beziehung. Versuch den großen Weg. Äh. Getaway. Bravo. Achso. Ja, okay. Da waren wir ja schon mal. Er hat das doch alles erfunden. Anna. Willkommen die das auch. Das Kampfzone. Na. Können sogar leveln. Also. Downtown ist da unten rechts. Ich gerade. Hm. Um. Um. Willst du mich verarschen, wo ist er denn? Jetzt hast du es abgehauen, feige Sau ey, ist er da oben ne, war sowas schon klar. Ich möchte aber nicht mehr hier sein, deswegen gehe ich, tschüss. Ach krass, da kriege ich die Motten ey, so einen Schreck gekriegt. Ja, erstmal lassen wir sie mal hier. 50.000, alles klar, warum? War ich denn so viel? Frag nicht nach, ich gebe es einfach aus. So. Gut. Geh mal zurück, wa? Können wir hier noch was angucken? Nö. Was kommt davon? Werde ich jetzt? Kann ich auch. Hier sehe ich versteckt das. Krass. Jetzt level ich mal. 16.000. Es ist die Frage, wenn der jetzt runter geht, der Energiebalken da unten. muss ich ja... Ah ne, habe ich ja ausgewechselt, alles klar. Ne, hat sich erledigt. Ja, Greifhaken immer noch nicht. Gehen wir zum Gate von Bravo. Ah, ich sehe, haben sie es erneut durch die gefährlichen Ruinen von Jericho's City zu mir geschafft. Ich habe die Anweisung, sie unter maximalen Einsatz der mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zu unterstützen. Keine Sorge, Besucher. Ich werde ihnen mit meinem überlegenen Orientierungssinn zur Seite stehen. Sie sollten vom Stadtzentrum aus einen Nanitenwirbel erkennen können. Wenn sie sich ihm nähern, finden sie ein Flüchtlingslager auf dem alten Highway. Von dort aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zur AID-Basis. Natürlich kann ich ihnen nur dazu raten, sich eine effektivere Waffe zuzulegen. Viel Erfolg da draußen. Wiederherstellungsmodus gibt... Er will, dass ich eine bessere... Wir werden sie alle upgraden. Oh, ich muss sie sprechen. Ne. Das Ende war! Musst du nicht. Das Thema hatten wir schon. Wir müssen einmal kurz draußen aufräumen und dann... Da oben. Bravo. Achso, jetzt raffe ich die Richtung. Alles klar. Ne, hat sich ja erledigt. Ähm. Ja. Ich will ja, dass ich eine effektivere Waffe haben soll. Glaub ich. Guck mal her. Guck mal her. Sehr schön. Boah. Der hat eine Waffe. Kann man mal ein bisschen blocken üben. gut. Gut. Noch irgendjemand mit gewissen... Problemen mit mir. Da haben wir den Helm nicht, ne? Beim Dino. Gut, da haben wir den Helm. So einfach ist das. Hm? Okay. So. Wo fälst du mir nach hier? Bösing. Hat er hier alle gekillt oder warum sind sie jetzt alle weg? Es waren noch viel mehr Gegner. Ist das falsch? Sollen wir erstmal nur unten einen Speicher machen? Mhm. Level 5. Gut. Rachefeind ist natürlich auch noch stärker. Ich bin so froh, dass wir aus dem Wald sind. Das ist ein Schiffpunkt. Was ist das? Toll. Aber erstellen. Da ist doch der Helm, ne? Gut. Hm. Nur noch 20.000. Was? Erstmal lagern. Jetzt gucken wir mal, was die Boys können. Der eine hat ne Knarre. Der andere hat wieder Engen. Ah, coole. Coole Rüstung. Ähm. Ich glaub, wir brauchen mal die Rüstung hier. Von nebenbei. Und du? Chills mal. Chills mal. Cool. Mal aufleveln. Ja, ja. Cool. Ja, ja. Wie komm ich denn? Sorry, aber wie komm ich denn da rein? Da kann ich nicht durch. Verstehe ich nicht. Erhöht den Schaden. Mhm. Jeder Hammer war für. Okay, halt. Klar. Frag mich immer noch. Ja, upgraden können wir nicht. Alles klar. Aber. Also. Hä? Also, wir können da nicht durch. Hä? Da sind wir uns doch schon mal einig. Wie komm ich denn da? So eine fucking Karte. Ein doch schon hier überall, oder? Der Helm ist cool. Ich will den Helm haben. Okay. Sagen wir mal Bescheid, wie das geht. Oh. Oh, gut. Da haben wir das Set. Ups. Aber. Ich möchte gerne. Packing nochmal da durch. Alles klar. Muss ja. Ist ja nicht, dass man hier durch kann. Drohenden Waffe erhalten. Ah, Schützengewehr. Sehr schön. Ähm. Ach so, der wartet hier einfach alleine. Ach so, warte mal. Wir müssen einmal parieren. Wir müssen einmal parieren. Hätte ich das gewusst. Gut. Ach so, da ist was. Ähm. Frage ist nur, sind sie für immer deaktiviert. Scharfschütze mal. Okay. Muss ja auch irgendwas sein. Kampfroboter. Gut. Hat keinen Sinn. Gut. Das hat einen Sinn. Ähm. Ist auch nicht. Motherfucker, was ist hier los? Ich kenne das Tor noch gar nicht. Was ist das für ein Tor? Bin verwirrt. Was ist er denn? Was ist er denn? Ups. Das Tor? Ich weiß nicht, wo ich bin. Doch. Da sind wir reingekommen, ne? Da vorne. Wenn wir da runter, dann hoch. Ah, hier ist eine Truhe. Ah, okay. So geht das, ihr Appen. Muss auch irgendwas noch sein. Doch da unten war ja noch was. Ja gut, mit 5000. Okay. Muss sein. Sorry, aber ich muss sein Bein haben. Na, ich hab deinen Arm genommen. Sorry. Das tut mir leid. Mhm. Das ist ein Feind. Das ist eine Medi. Hier geht's wieder nach oben. Medizinisches Tagebuch Nummer 15. Dr. Sorenson. Diese verdammte Evakuierung zieht sich im Schneckentempo hin. Wir müssen alle behandeln, bevor es zu spät ist. Aber die Regierung ist wie gelähmt. Politiker wird für mich so langsam zum schlimmsten vorstellbaren Schimpfwort. Gestern wurde die erste Welle an Überlebenden in ein Camp außerhalb von Jericho City verlegt. Ich hätte sie begleiten sollen. Aber ich kann hier nicht weg. Wie die Kraftkonverter. Der Zeit der erlittenen Schaden in Gesundheit und Wann. Also krieg Schaden. Ich krieg Schaden und dafür. Oh Gott. Versteh's nicht. Ähm. Weißt du, wo ich bin? Ja, da. Komm her. Oh mein Gott. Wusste doch. Na. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Glaube ich jedenfalls. Ich könnte mal so langsam so ein Safepoint haben. Wohin ab. Dachte er. Und auf einmal kommt hier der Riesengegner. Geradeaus fahr. Kollege. Ähm. Ich gehöre hier nicht hin. Na jetzt ist es ungefähr. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Telefon. Letzicepipio. Dulz. Ich gehöre hier hin. Ja. Ja. Ich gehöre hier hin. имеет dinner wie sowas. Ich gehöre, ich mich trage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder es ist doch da bin ich da falsch dachte das ist das flüchtlingslager ja okay wer hat denn hier die probleme mit dem einmal lock meine zentrale hinterlänge angefangen bevor sie okay das kann ich verstehen hinterlasse graffiti tags im bezirken von jericho city aha stelle für highball in der cloud bar her eine gi äh mhm aussetzung set warte mal gucken wir mal müssen wir nur wieder zu bar auch mein gott das ist natürlich hammer cool welches ist denn das ist das nicht das ist das haben wir komplett ausgebaut gut was können wir hin äh infizierte kinder zur oberkommando gebracht und es muss einen weg geben alles klar ich habe es versucht okay ich finde das ich finde das evakuierungslager getaway bravo um dich mit benjamin burke auszutauschen ähm ein paar schwarze jetzt müssen wir nur mal gucken wo der ist ist er das nicht das werden die noch bereuen watschen ab ne ist das er nicht den wir am anfang gefunden haben gesehen haben der ist es nicht es ist als ob die ganze welt brennen würde jo ok hier drinnen was heißt das denn corona alles außer strahlenvergiftung okay ich brauche nicht noch mehr blut hier nehmen sie kleines geschenk von mir das ist das beste was ich für sie tun kann mhm alter kampfdroiden ja das wollen wir das machen ist ja cool das zu haben ne der ist nicht der ist nicht der ist nicht eines straftäter also aus dem gefängnis das ist es ist als ob die ganze welt brennen würde willkommen bei gateway bravo zu dumm dass wir die evakuierung um einige wochen verpasst haben na immerhin bin ich jetzt bei den guten bin beim offiziellen such und rettungsteam und helfe den leuten mit aller kraft diese verdammte stadt hier ist noch verkommener als der laden von krio und ich dachte schon ich hätte mit diesem technik amok unsinn hier nichts mehr zu tun tja immerhin kann ich mich endlich ein wenig für deine hilfe erkenntlich zeigen hier du hast mir wirklich sehr geholfen das werde ich nicht vergessen krio hat sie entwickelt ich glaube sie sollten die atmosphäre reparieren weil sonst nichts funktioniert hat doch nach allem was da an dem werk abgegangen ist müssen sie sich verselbstständigt haben mhm pass auf dich auf ok wenn wir denn willkommen oh alles klar alles klar Okay, 20.000. Wollen wir nochmal leveln. Hm. Hm. Was macht ihr da? Also ganz ehrlich. Deck 13, dann müsst ihr nochmal nachbessern. Das kann nicht sein. Und das sieht richtig kacke aus, dass die hier so rumlungern. Guck dir das mal an. Ich guck grad schnell mal über Twitch. Gibt es einen Zuschauer? Okay. Okay. Search 2 ist echt für... Ja. Nicht so der Burner. So, Twitch. Geh gucken. Also, bisschen mehr sein willst. Ich hab's ja mal was anderes. Aber für Search 2 brauchst du einen Stream. Aber wenn es Spaß macht, scrimst du es. Es ist uns endlich gelungen, ein zuverlässiges Gegenmittel zu entwickeln. Bringen Sie noch heute Ihre Kinder zu uns, damit wir diejenigen zuerst behandeln... Kann ich da durchgehen, ne? Gibt's Ärger, oder? Nicht aufgeben. Hilfe ist schon unterwegs. Ja, ja. Klar. Hilfe ist unterwegs. Und eine Evakuierungsvermögen ist offen bis auf weitere Unterwaffen. Warum sind die da so eingezäunt? Ich weiß es nicht. Die ist nicht. Naja. Bevor ich hier wieder. Schon wieder eine Stunde und 43 Minuten live. Alles klar. Was machst du da? Hast die Waffe. Bevor das hier wieder endlos geht. Werde ich erstmal eine Pause einlegen. Wünsche euch noch viel Spaß. Und ja. Bis erstmal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. em Vielen Dank.